Musik Anna-Maria, Ingrid Applaus 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 Das ganze Jahr warten wir auf den Moment, dass wir hier nach Monte Urtune kommen können, weil Metaforum schon seit elf Jahren hier stattfindet und wir dürfen immer dabei sein. Es kommen jedes Jahr wieder dieselben Leute und auch neue dazu und wir befinden uns wie in einem Freundeskreis. Und nachdem die meisten deutschsprachig sind, hat er gesagt, ob wir nicht hierher kommen könnten und ein bisschen ausdeutschen. Dazu mal war noch nicht Roberto, der Dolmetscher. Und so haben wir mit Freude zugesagt. Und es hat uns dann so gut gefallen, dass wir jedes Jahr darauf warten, auf den Zeitpunkt, um hierher zu kommen. Weil die Bar, die war immer geschlossen, sie war nur für das Frühstück, stand sie offen und dann von vier bis halb sieben am Abend. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, das geht nicht gut, wir müssen den Leuten etwas bieten können und dann haben wir die Bar einfach aufgemacht. denn unsere vacanzer eineže, die wir unige und прäufige und più belle von total Jahrhundert sind am Montfortone mit dem Metaforum. Wenn wir hier sind, sind wir frohr, sind wir froh, weil wir froh sind, dass alle Leute das gut Ziel haben, geben, und dass Sie die besagten von diesem Metaforum sind, sind besond我们. speciali e noi io mi commuovo a dirlo questo è il momento più bello dell'anno anche se noi abbiamo tutto a Bolzano però qui è la paga di tutto l'anno basta faccio tanti auguri a tutti perché io non potrei dire meglio o meglio sono tutti meravigliosi herzlichen Dank aussprechen und vor allem von uns Anna Maria und mir dass wir jedes Jahr bei euch hier drei Wochen vier Wochen verbringen können in eurer Gesellschaft und mit Wehmut nehmen wir Abschied von euch Grazie